Problemlos gemacht, sicher, locker gemacht. War er Null am Ende? Ich glaube, er war nicht ganz Null, ne? Kados. Einen Abwurf hatte er. Vorhin mit Night Secret. Und war auch nicht ganz so schnell, aber trotzdem. Gut, jetzt bringt er den Zweiten. Und der Zweite jetzt hier, das ist Trix. Holla. Einfach mal auf groß kommen lassen. Trix im Übrigen von Asterix. Asterix ist ein Sohn des Erd Jordan, der in diesem Falle dann über Skippy und Ramiro hier weitergeht. Sie kennen vielleicht auch noch diesen legendären Vermento, diesen Agento-Nachkommen von Robert Whittaker. Und das ist ein Halbbruder. Das ist ein Halbbruder hier zu Trix. So, jetzt hier nochmal ein ganz klein wenig am Ende. Ein bisschen das dezente Händchen dran haltend. Und er hat einige 1,45er Springen bisher schon sehr, 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 sehr gut absolviert. Und ja, das sah sehr souverän aus. Das sah richtig souverän aus. Wir dürfen nicht verkennen. Das ist hier erste Qualifikation. Aber wer das mit 72 Sekunden hier so macht, Carlos, Chapeau, well done. Ganz zu Recht liegst du hier vor. Und dann wollte ich hier vor. Dann hatte ich mal an, néuś restoring さ magnetic die größer als Helikabillers in town. Lange die größer sind wie eine Schmutzskaner die Fert toplulu withellt. Und da bin ich unterbrochen würde.